Meine Freunde, Gene beleidigt einfach Basso, da hängst du halt HS. Verdammt, aber Gene, was ist los bei dir? Ich dachte, du bist in der Versenko verschollen geblieben. Was machst du jetzt, Welle gegen Basso, da hängst du da flizzy, Mama? Digga, du bist doch am Ende, man. Dein Highlight deiner Karriere war, dass du irgendwie auf Sony Rack 2 auf so einer Bonus-IP warst. Und die meisten haben sich überhaupt gefragt, wer seid ihr überhaupt? Der Boss guckt sich ein paar an Boxingern, keine Sau weiß, wer ihr seid, Mann. Ihr seid so ein Bonus, Digga. Ihr seid die Hunde von Sushido. Die schickt er mal hin, wenn er irgendwie mal Stress hat, hier, disst die mal. Aber er traut sich nicht mal selber, die zu dissen, Mann. Sein Fahrrad und Keule hatte Angst, die zu dissen. Ein Samra, ein Flizzy, denkt er sich so, ja, die wehren sich nicht, juckt mich nicht, die disse ich mal. Und wenn die mal zurück dissen, schicke ich mal Gino Solé. Guck mal, wie ihr euch behandelt, wie der letzte Dreck. Und das lasst ihr euch mit euch dann auch noch machen, Mann. Ihr habt keine Legacy, ihr seid einfach nur Hunde. No Front jetzt so. Aber welches Label soll ich denn nehmen nach Sushido? Keins mehr. Wenn Sushido in Kanada ist, lacht er sich ins Fäuste und denkt so, oh, ich hab so zwei Wack-MC gesigned, die für mich alle dissen. Los, hier, weg mit euch. Erst gedünglich zu, Insolvenz. Ab nach Kanada mit mir. Und ihr beide schön auf der Straße, dann könnt ihr Straßenmusik machen. Ihr seid doch so Street-Rapper, ha? Dann könnt ihr am Alexanderplatz für euer Brot, euer Essen, eure Kippen und alles könnt ihr dann rappen machen. Ja, ich bin erst guter Junge, ich bin Zine. Krieg ich mal ein bisschen Geld für den Brot und eine Energy-Drink. Ja, das könnt ihr dann machen. Aber wer auch nicht. Ihr seid am Ende, also lasst es einfach sein. Okay, meine Freunde, das war's mit dem 500 Boss. Abonniert gleich nicht, vergessen meine Freunde, bis zum nächsten Mal meine Freunde.